Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Mining Simulator 2. Das neue Mining Simulator Update ist draußen, damit kam jetzt das letzte? Oder zumindest das dritte Halloween Update. Und ich hab schon ein bisschen gespielt und kann euch sagen, es kam mit dem Update dasselbe raus wie beim letzten Update. Wir gehen jetzt nochmal hin, ich zeig euch, was alles rauskam. Einmal willkommen in der Halloween Welt, es gibt neue Eggs. Nur hier gibt's kein zweimal Glücksereignis, das ist so traurig, keine Ahnung warum. Aber trotzdem hab ich einfach schon dieses Legendary Pet aus dem Egg zweimal gezogen. Und das in den letzten paar Minuten, keine Ahnung, ich war sehr lucky. Das ist die Crystal Risp, kann man sich geben, aber sehr viel besser als die Crystal Risp ist im Event Shop. Der Jack O'Puff, den ich natürlich schon wieder out of stock gekauft habe. Und ich hab hier natürlich auch schon Shiny und Level 20 gemacht. Und der hat 145.000 Stärke, 137.000 Coin Bonus, 18.000 Candy Bonus, 8.380 Geschwindigkeits Bonus. Und du kannst den haben. Richtig, ich verschenke meine Jack O'Puff, ich verschenke meine Laterne O'Wisp und ich verschenke meinen mystischen Trank in Shiny. All diese drei Pads verschenke ich an einen Zuschauer da draußen, der heute noch auf meinen Discord-Server kommt, an der Verlosung im Verlosung-Channel teilnimmt. Und das Gewinnspiel natürlich gewinnt. Das ist eine sehr kurzfristige Sache. Das Gewinnspiel startet heute und wird auch heute ausgelost. Das werde ich heute Abend im Livestream machen. Der Gewinner wird dann im Livestream sein Pad bekommen, beziehungsweise seine drei Pads von mir bekommen. Könnt ihr euch dann live angucken, da können wir auch gemeinsam dann darauf warten, wer das Gewinnspiel gewinnt. Alles was du tun musst, ist nur auf meinen Discord-Server zu kommen, in den Gewinnspiel-Channel zu gehen, auf das Gewinnspiel-Ding zu reagieren. Falls du nicht genau weißt, wie das funktioniert, guck dir meine alten Discord-Videos an. Da habe ich das schon mal erklärt. Und mit etwas Glück kannst du drei ziemlich starke Pads gewinnen. Und ich würde sagen, das ist sogar eine ziemlich krasse Gelegenheit für euch, weil ich mache auf meinem YouTube-Kanal aktuell so wenig Videos. Meine Videos werden nicht sehr oft geschaut und das Gewinnspiel, das läuft nur so kurz, dass die meisten Leute da draußen gar nicht erst bemerken werden, dass das Gewinnspiel existiert, bis es schon vorbei ist. Und wenn du jetzt dieses Video siehst und das Gewinnspiel noch nicht vorbei ist, dann nimm daran teil. Es werden nicht viele Leute daran teilnehmen und die Chance zu gewinnen ist sehr hoch. Ich wünsche jedem, der am Gewinnspiel teilnimmt, sehr viel Glück. Das war es dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!